Hallo, ich bin Gabriel, Ranger hier im Nationalpark. Und das sind Lars und Lotta. Sie bringen uns das Junior Ranger Programm in den Nationalpark Hunsrück Hochwald. Du bist zwischen 10 und 14 Jahren alt? Hast Lust in die Welt des Nationalparks und der Natur einzutauchen? Dann bist du hier genau richtig. Ab September gehen wir gemeinsam auf Entdeckungstour. Komm mit auf Spurensuche und werde vertraut mit den Tieren und Pflanzen. Außerdem erlernst du auch viele Wildnis- und Survival-Techniken, die du beim Leben in der Natur gut gebrauchen kannst. Entdecke die Besonderheiten der Natur und wie du sie schützen kannst. Ausflüge in andere Nationalparks, Abenteuer und eine Menge Spaß erwarten dich. Wenn du jetzt Gefallen am Junior Ranger Programm bekommen hast, dann melde dich an. Ab September treffen wir uns einmal im Monat, um diese und viele andere Abenteuer zu erleben. Woosh! 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 Woosh!